Schnelligkeitstraining, schneller werden im Fußball. Daumen geht es jetzt in diesem Video. Sagen, legen wir los. Ja, wir machen heute ein Schnelligkeitstraining für Fußballer explizit. Wir legen mit der ersten Übung los. Ganz, ganz wichtig, zwei Punkte will ich dir mitgeben. Beim Schnelligkeitstraining musst du 100% Intensität geben. Heißt, jeden Sprint so schnell wie möglich, sonst wirst du nicht schneller. Zweiter Punkt, wärme dich ordentlich auf. Vor allem beim Fußball sehr, sehr wichtig. Es gibt viele Komponenten beim Schnelligkeitstraining. Das Wichtigste ist die Kraft im Gluteus, im Po und hier im hinteren Beinbizeps. Dann natürlich Korstabilität, Schultern, Lauftechnik und ein Jahr so eine Schwachstelle ist oft das Sprunggelenk. Kann sein. Und auch wenn es keine Schwachstelle ist, wollen wir es natürlich trainieren, dass es schön stark wird. Ich kann es jetzt mit meinen Stollenschuhen nicht vormachen, aber wir haben ja diese Teile. Das dient nur zur Balance. Deswegen, Mutschip. Zack, geht hier drauf. Mutschip, gehst mit dem Vorderfuß hier drauf. Ich mache es nicht wegen den Stollen. Zack. Zack, dann bist du in dieser Position, okay? Zack, gehst hier in diese Position. So ein bisschen wie eine Standwaage, okay? Hier schön anziehen, Brust raus. Hier kannst du jetzt schon Gewicht draufsetzen, aber auch nicht zu viel, okay? Das ist nur zur Balance dehnen und dann gehst du wieder runter. Schön langsam ausführen. Das ist eine verdammt schwere Übung. Schau, dass du wirklich aufrecht bist. Prost. Okay, wir machen es erstmal ohne die Teile. Ja, du kannst wirklich hier auch leicht mehr, oder sagen wir, was das heißt. Ja, und schau, dass du wirklich hier mehr in die Knie gehst. Jetzt nicht eine komplette Standwaage machen, auch schon runtergehen. Ja, und jetzt drück dich raus. Bäm. Sehr gut. Also macht Mutschip zum ersten Mal mit den Teilen, ist natürlich schon anspruchsvoll. Ja, da sieht man mal, das Verbesserungspotenzial ist auch noch da. Sehr gut, komm. Zehn Wiederholungen, dann Wechsel. Schau, dass du nicht hier so unbedingt arbeitest, sondern schon eher so. Weil dann hast du hier nicht so viel Gewicht drauf. Das ganze Gewicht soll mehr hier sein. Weißt du, ohne die Teile kann ich das jetzt nicht so ausführen. Zack. Weil die helfen hier schon ein bisschen. Komm, anderes Bein, Zehn Wiederholung. Komm, richtiger Kniehub. Richtig anziehen. Mehr runtergehen. Ja, sehr gut. Aber sauber, komm. Ja. Stark, stark. Sauber. Schaut gut aus. Schaut gut aus, Junge. Vielleicht noch einen Ticken höher mit der Ferse, genau, dass es noch schwerer ist. Schaut schon sehr gut aus. Hörst du richtig gut aus. Los geht's, komm. Langsam mal erst mal ausführen am Anfang. Kniehub, komm. Kniehub. Links Kniehub. Ja. Da brauchst du brutale Stabilität. Klar, es ist hart. Das ist auch der kleine Kreisel und nicht der große. Vielleicht hätten wir am Anfang erst mal den großen nehmen sollen. Komm, probier's aus, ja. Stark, sehr gut. Brauchst du auch mehr interne Rotation. So, es geht massiv in die Stabilität des Sprunggelenks rein. Auch Hüftstabi. Strugglst du schon ein bisschen. Komm, mach dein 10 pro Seite und dann geh mal in Schnelligkeitsteil rein. Wenn du die 6 Wiederholungen, dann hast du Wechsel. Ja, sauber. Stark, Junge. Stark. Stark, Junge. 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 Untertitelung des ZDF, 2020